Herzlich willkommen in einem neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Heute geht es zur Stunde der Wahrheit. Wir sind hier bei der Firma 300 von Sebastian Berger und wir gucken uns heute gemeinsam unseren wilden Z3 LS3 an und schauen dem Ding mal unter den Rock und gucken mal, was damit wirklich ist. So, hast du noch Essen? Also manchmal denke ich, im Autohandel wird gelogen und betrogen, von vorne bis hinten. Bist du wieder gesund? Ich bin kerngesund. Lass mich los, geh weg. Das sieht ja so aus, als hättest du richtig Langeweile. Wir haben Langeweile, kurz davor ist mir so eine Strandmatte hier spannend. Das Interessante ist, immer wenn ich hierher komme, wird es immer mehr Scheiße draußen. Dein Merch kickt schon wieder her, ne? Mein Merch? Dein Merch. Oh, wen gehört denn das? Kunde von mir? Nee, Kunde von mir. Schönes Kraftfahrzeug, was machst du denn hier schon wieder? Der kriegt gerade Schaltgetriebe. Er hat erst Motor gekriegt und dann kriegt er noch Schaltgetriebe. Wieso war das ein SMG oder was? Das war ein SMG, ja. Du brauchst jetzt immer auf Schalter? Warum? SMG ist der geil, oder nicht? SMG ist so super, aber der hatte so viel Schnupfen da war mit dem SMG, dass mir irgendwann wir verlieren die Lust. Was kostet das für den Umbau auf Hand geklöppelt? Teile sind relativ teuer geworden, man muss aktuell 3,5 und 4 rechnen. Ach, das geht ja noch. Da hast du aber alles neu dann. Also Getriebe ist umgebaut, SMG was drin war. Aber alle Schaltteile... Also die Glocke bleibt alt? Genau, die Glocke wird umgefräst. Was ist das innen drin bloß? Aha. Also wir rüsten in der Glocke, ich kann dir noch ein Bild schicken, wenn du willst, kannst im Video einblenden, fräsen wir praktisch die Schalterarrotierung rein in die Glocke. Das heißt, das ist ein originales Getriebe, so wie es drin war, nur halt mit Hebel hinten dran. Cool. Sehr cool. Und warum hast du die ganze Anzeige? Weil du mit dir den ganzen Rotzeichen herankommst? Wegen Kupplungen reinbauen. SMG-Aggregat hier und Kupplungsleitungen legen. Ja, aber in der Theorie hat der eigentlich Kupplungsnehmergeber, muss er ja eigentlich haben beim SMG-Theorie. Du baust eigentlich nur noch ein Pedal dann effektiv rein? Nein, Nehmer. Nehmer hast du trotzdem beim Schalter einen anderen. Da bauen wir den originalen rein, so wie das soll. Die Kupplungsleitungen musst du halt legen und du musst den Getriebekabelbomben, der hinten runter geht, weil das, sag ich mal so, kombiniert ist mit Motorkabelbomben. Aber ist der Kabelbomben quasi vorgeristet für einen Handschalter theoretisch? Nein, du speckst den ab. Du speckst den ab, du baust den runter. Ich suche mir die Pinze oben aus, deswegen sieht es ja auch noch so wild aus. Dann wird das abgeschnitten, wird das durchgefädelt durch die Kabeltülle, dann wird es neu eingewickelt, das neue, was du noch übrig hast, sag ich mal so. Und dann legst du ihn wieder rein. Ist geil. Dann hast du einen ganz sauberen Schallgetriebe. Kann man das SMG-Getriebe in den M5 einbauen? Das würde gehen. Hätte ich sogar Bock. Hätte ich wirklich Bock. Aber bis du das zum Laufen hast, mit diesem mechanischen Gas. Na, warte mal. Wenn, dann müsste die Generation aus dem i36 M3 rein, die würde funktionieren. Aber die würde ich dir nie empfehlen, das ist so SMG 1.5. Oh, Alter. Das ist wie erstes Smart-Getriebe. Wirklich ohne Scheiß. Ne, lange Rede gar keinen Sinn. Wir stehen jetzt hier vor dem Corpus Delicti. Der Sebastian hat sich das Ding eben, ja, schon mal kurz angeguckt. Und da haben wir schon mal kurz uns beömmelt am Telefon. Mit dem Dialog. Also wenn du das mit deinem Kumpel in der Typ-Dresden-Garage und zwei Kisten Starni zusammengeschraubt hättest, wäre das eine richtig geile Leistung gewesen. Dann wäre das wirklich vertretbar, das Ganze, genau. Es ist mit einem Wort zu beschreiben, es ist spektakulär. Ich habe ja schon so ein paar Sachen von oben gesehen, wo ich wusste, Moment mal ganz kurz. Wenn ich das gebaut hätte, hätte noch nicht mal ich das so gemacht. Weil ich mir so denke, das kann ja nur scheiße sein. Es sind viele Punkte, ich habe übrigens heute mal rausgefunden, dass das eine Porsche-Farbe ist und zwar Zinn-Metallic. Wirklich? Nein. Für mich sieht das aus wie so eine halbe Leberwurst. Das Ding ist neu lackiert. In Porsche Zinn-Metallic, ja, ja. Also spektakulär sind im Auto eigentlich so die ganzen Geräusche. Alter, aber was für Geräusche das Ding macht, vor allem die Hinterachse. Nicht nur die Hinterachse, sondern der Schalthebel ohne Nullstellung. Wer gibt sowas raus, du willst mit dem Auto schnell fahren und du hast so einen Rührstab in der Hand, der nach vorne und hinten so einen Zentimeter hat, was mega präzise ist auf der Strecke. Wenn du die mal schnell irgendwo runterschalten willst, musst du überlegen, mach ich jetzt jetzt wo rein? Oder mach ich jetzt hier rein? Dann hast du keine Rückstellung in die Neutralposition. Dann schmeißt du den Motor von einem Ende im Motorraum ins andere Ende. Der Fächerkrümmer rein, optisch, wie der gebaut ist. Ach so schick. Absolut coole Sachen, man muss ja nicht über alles schlecht reden. Aber dann muss ich mir halt hier irgendwie Gedanken machen, dass ich die Halterung versetze, wenn das hier platztechnisch nicht anders geht. Aber das ist halt auch für einen Laien hier, das ist halt dran. Also das hat jetzt... Ich frage mich, wie sowas durch den Schiff kommt. Das nächste ist ja auch, wo ich mir gedacht habe, das kann als Motorsportfahrzeug eigentlich so nicht geil sein, ist, dass man zum Beispiel das... Man isoliert ja eigentlich einen Fächerkrümmer, wenn da schon ein bisschen Sprit draufkommt auf das Ding. Ja gut, mit Isolieren musst du wieder aufpassen. Es gibt ein paar Sachen, die wir in den letzten Jahren wirklich viel probiert haben. Erstmal das Thema Band, was die meisten machen. Band ist halt wie so ein Schwamm, dort kommt Öl und Kraftstoff drauf, dann geht das richtig ab. Da bist du besser beraten, wenn das Ding nackig ist. So, Punkt eins. Punkt zwei ist, thermoisolierst du die, was ja aktuell gerade ganz groß im Trend ist. Das ist diese Wolle und dann außen das Edelstahl drüber. Je nach Abgastemperatur, ich würde sagen, beim Sauger funktioniert es, beim Turbomotor funktioniert es nicht. Wir haben reihenweise gebrochene Krümmer in letzter Zeit. Weil die Hitze nicht wegkommt. Alle Leute, die straff damit fahren, machen das kaputt. Wir haben sogar hier in der Uni in Dresden über zehn Ecken wieder, hat irgendjemand dort so einen Brennofen, um das vorzuwärmen. Und da haben wir ein paar Versuchsteile mal aufgebaut. Der Edelstahl, nackt, 48, 28, hält, glaube ich, über eine Stunde da drin und isoliert 10, 15 Minuten. Also es verkürzt die Lebensdauer. Gut, aber du hast natürlich trotzdem ein Problem. Ich habe gerade erst einen Kunden am Telefon gehabt, den ist das Auto aus ähnlichen Gründen, weil eben auch Krümmer und Sprit und Feierabend. Es ist halt deutlich wärmer, keine Frage. Wenn jetzt Öl auf einen termoisolierten Krümmer tropft, im Regelfall, wenn du jetzt nicht gerade schon fünf Minuten Vollgas unterwegs bist, raucht das kurz und gut. Also ich persönlich habe mit dem Hitzeband die beste Erfahrung gemacht. Weil, selbst wenn mal ein Tropfen Sprit oder Schlucken Öl draufkommt, was eigentlich nicht sein sollte. Das würde ja bedeuten, du hast eine Undichtigkeit über eine längere Zeit. Verdunste das, wenn es nicht in Massen draufkommt. Genau. Die Frage ist, ob die Oberflächentemperatur dafür ausreicht, das anzumachen. Fakt ist, ja, man hätte es isolieren können, muss jetzt nicht unbedingt. Nee, muss nicht sein, aber unten ist es ja. Wenn du mal reinguckst, siehst du ja, dass es isoliert ist. Ich finde es schön, dass wir so einen Kabelbinder dran gemacht haben. Also der Wille war da, das ordentlich zu machen. Der Wille war da. Der Wille war kurz da. Ja, okay, aber... Was ist das hier eigentlich? Das weiß ich auch keiner. Ach, das ist Leitungsreserve, falls du was nachlegen willst oder was. Das ist so Hausaufgabe Level 3, ne? Mach uns mal bitte eine Form. Mach ich dir. Eine Stunde später, bin fertig. Habts angedrückt. Okay, hier drüben war ein bisschen hektik. Ich denke, hier war das Feierabendbier schon in dus. Nee, warte mal kurz. Was ist denn das? Wissen die, das ist ein Kupplungsentlüftnis, das ist ein Kupplungsentlüftungsleitungs. Keinen Witz. Wirklich? Ja, das ist von so einem... Die haben einen Zentralhausrücker unten drin, diesen TR56, wie die heißen. Ja, das hier oben... Ja, kann man nicht so anders verbauen, aber... Ich dachte, das ist ja Alkohol. Weißt du, Pusten. Nee, oh, das könnte ein bisschen bitter schmecken. Tank ist ein Stück zu hoch gebaut. Gut, kein Ding. Isoband fixt, ne? Ach so, ja. Hast recht. Das Isoband saft alles. Isoband saft alles. Hier hinten hätte man jetzt vielleicht noch 10 Minuten Zeit nehmen können, das einwickeln können. Ja, nie bloß dort. Ich bin halt immer kein Fan davon, wenn das... Also, Entschuldigung, wie reinge... Das ist halt... Was ist denn das bitte? Ich habe keine Ahnung, es sind irgendwelche Kabel, die halt übrig sind. Die hier hinten gefallen mir aber auch sehr gut hinter der Ansaugbrücke. Das ist richtig racing. Das ist richtig racing. Das ist richtig racing. Was irgendwie schlecht finde, ist das hier. Und was ist denn das? Eigentlich hast du hier so einen Stellbolzen dran. Ach so. Da kann man wunderschön irgendwelche Kabel befestigen und sich so eine Kabelbefestigungsleiste bauen, aber man kann nur die Flex nehmen und die Seite einfach mal wegschippern. Das geht auch. Ja, kannst ja auch machen. Ja, ging. Ich hätte vielleicht an der Haube gescheuert, haha. Nee, das ist halt schon alles ein bisschen hardcore, ne? Ja, aber ich finde, untenrum ist das etwas wilder. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich das noch nicht auf der Bühne hatte und damit erst gefahren bin, bevor ich es oben hatte, das ist der Blick herrlich. Gut, okay. Aber da gibt es noch andere YouTuber, die das auch immer so machen. So, jetzt gucken wir mal, was für ein Renngrab ich hier unterwegs war. Da müssen wir also mal gucken, was der mal für eine Originalfarbe gehabt hat, weil die Originalfarbestimmungen haben wir ja im Kaufvertrag. Übrigens der Kaufvertrag von dem Auto. Ja. Also nur die Karosse. Ja. War es glaube ich zwölf oder so? Richtig. Neunfünf. Neunfünf mit dreihundert auf der Ohre, wie ich es schon richtig gesagt habe. Und erste Hand. Das war richtig wild. Erste oder zweite Hand. Das Ding. Die Karosse hat dreihundert Klamotten schon weg. Ja, das siehst du da auch. Es bricht nie auseinander. Schau mal schön. Eine schöne Karsportbremse. Okay. Ist das okay? Ja. Das kannst du machen. Ich fahre sie selber auf dem M3. Ich bin da für den jetzt nicht 24-7 Rennstreckenfahrer. Muss man auch wieder dazu sagen. Da gibt ein paar, die das Ding wirklich nur auf irgendwelchen Rennstrecken bewegen. Alltag, sportlicher Einsatz, Landstraße, ab und an mal direkt. Top. So Karsport, da kriegen wir noch fünf Mille von euch jetzt fürs Werben. Ne? Ganz klar. Bauen die auch Bremsen auf Maß? Ja. Hallo Karsport. Wir brauchen immer noch eine Bremse. Wo wir uns dann ab da für. Das sollte passen. Das kann ich machen. Da warten wir schon seit Ewigkeiten von... Ach so. Also Luftführung gibt es nicht. Ne, passt es doch nicht. Das wird da so angeströmt. Siehst du da? Na klar geht alles von außen weg. Voll in der prallen Sonne liegt das Ding. Perfekt. Ich sehe das Auto jetzt auch zum ersten Mal quasi auf halber Höhe. Das hat dafür integriert. Hier hast du die Luftschacht original vom Luftfilterkasten. Hast du eigentlich noch eine Lampe? Das hier war schon wieder so ein Ding. Wenn du jetzt damit über den Altmarkt rollst, fährst du definitiv das Taxi nach Hause. Alter. Ja das ist schon. Das ist natürlich lost. Da kannst du jetzt nur mit einer Spurplatte arbeiten. In einer 0,5er. Aber dann bist du draußen. Genau. Dann bist du draußen. Das haben wir letztens bei euch schon auf dem Platz gesehen. Dass die auch hier so richtig keine Lust mehr hatten den Radlauf rund zu formen. Der hat hier so halbwegs eine runde Form und ab hier wird es relativ gerade. Ja weißt du woran das aber liegt? Weil das Ding hier hin und her arbeitet wie die Sau. Ja und die ist halt auch ein bisschen breit für das Auto. Also muss man jetzt so mal sagen. Finde ich eigentlich nicht. Es hat aber nur... Nein doch. Was ist denn das 315er? 315 ja. Du darfst nie über die Grenze fahren. Die klauen nicht die Endrohre. Da fahren die bloß einen 17er. Aber die wussten sie dann eben auch nicht mehr so richtig wie wir jetzt hier noch einen Schalter rein kneten. Und da haben sie das gemacht. Das ist strömungsoptimiert. Ja ist ein Abgas loopig. Okay kann man machen. Muss man aber nicht unbedingt. Was ist denn das hier? Da steht sogar was drauf. Simons. Die Dämpferführer. Kann man so kurven wahrscheinlich einfach. Kann so kurven ja ja. So KW haben wir hier drin. V3. Genau. Wir haben hier ein Anschlusskabel mit viel Zinikonofe. Gut verlegt. Aber ansonsten ist das Ding echt ein Differenzial was schon ein bisschen bessere Tage gesehen hat. Optischerweise auf jeden Fall. Eine gekürzte Kaderwelle haben wir. Okay cool. Okay okay okay. Na ja schön. Wir haben Kabelbinder. Man müsste hier auch mal gegen den Rost was tun. An den Schwellern vor allen Dingen. Also ich sage jetzt nicht dazu aber das Ding sieht richtig wild korrodiert aus. Ja. Das ist eben auch die Laufleistung. Hier drüben war irgendwie das mit den Bolzen der locker war. Das habe ich in dem Video von Herrn Degenhardt gesehen. Das haben sie wieder festgemacht. Okay. Sag mal Basti was ist denn das hier für eine Glitzerfolie am Getriebe? Was soll denn das sein? Wegen der Wärme oder was? Achso. Aber die Krümmer sind egal. Das wollten wir jetzt nochmal anmerken. Wenn du bei Wisch sowas bestellst dann kriegst du eine Folge her. Das packen wir ein das Ding. Die Burnt. Das ist der Hammer. Ehrlich. Wirklich. Das ist der Hammer. Ich meine mancher würde es vielleicht auch absägen einfach ein Stück. Damit es halt gescheiter aussieht. Wenn du die günstigen kaufst sind die immer so lang. Ja gut es ist halt wirklich ein altes Auto und das siehst du halt in jeder Ritze. Auf gut Deutsch gesagt. Ja aber ich verstehe halt nicht. Du machst so einen mega Umbau. Also vom Umfang her. Nicht von der Qualität. Ja ja. Einfach vom Umfang. Und dann fängst du. Da kannst du fast durchgreifen jetzt. Da kannst du. Haben wir einen Schraubendreher. Da ist schon Feierabend. Dort oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee geht noch. Geht noch? Ist noch fest ey. Oh schön. Substanz da. Richtig glücklich. Dann kann man noch retten. Das sieht aber schon sehr abenteuerlich aus du. Das ist Gott sei Dank dein Auto. Das ist Enrico approved. Naja. Aber viel ist es nicht mehr. Viel ist es nicht mehr. Dauert nicht mehr lange. Also musst du jetzt. Jetzt was machen. Das sollte jetzt mal überarbeitet werden. Genau. Die Frage ist halt. Wir hatten das Thema ja schon gestern. Wo fängst du bei dem Auto an? Oh ja. Also cool ist ja. So wie ich es mitgekriegt habe. Es ist viel eingetragen, oder? Ja. Eigentlich alles. Bis auf das mit den Rädern wahrscheinlich. Das ist halt heutzutage ist das halt blöd gesagt Goldstaub. Weil wenn du zu den heutigen Tagen. Oder du sagst jetzt einfach. Du fängst dieses Jahr an. Kannst du auch gestern. Du kaufst dein Set 3 Liter. Ja. Kaufst die Teile die hier drin sind. Pi Madame zusammen. Und sagst ich würde gern Mitte nächsten Jahres mit diesem Auto mit TÜV durch die Gegend fahren. Da möchte ich mal sehen wie du hier irgendwo auch nur eine einzige Eintragung irgendwo entscheiden kriegst. Wird schwierig. Ja genau. Deswegen schwierig. Aber sag mal. Das ist ja eigentlich alles noch original beamwuftig hier. Das ist alles beamwuftig. Auch dieser lustige. Das Thema ist halt so dass der Motor auf der Vorderachse auffliegt. Das ist das was du beim Lenken immer hörst hier. Wenn man hier rein filmt jetzt sieht man hier oben so das Ende von der Vorderachse. Und ich sag mal der Motor hat vielleicht ein Millimeter, zwei Millimeter Luft jetzt. Also das ist halt. Nicht viel um sich zu bewegen. Ich würde es knabbern. Aber er ist gut eingepackt hier zwischen ABS Block und Vorderachse der Motor. Das Motorlager kann nach vorne raus rutschen. Der Motor ist nach hinten gerutscht. Das beschleunigen bestimmt. Und auf der anderen Seite fehlt hier hinten nämlich dieser Anschlag vom Motorlager. Das ist hier drüben nicht mehr da. Und das ist halt rausgerutscht. Also könnte auch sein dass die einfach nur krass ey die das ausgeschnitten haben. Hier ist doch schon durchgebrannt. Guck mal hier ist es. Hier fallst du irgendwo mein Stecker brauchst. Ja ob ich das. Den hast du immer mit. Den hast du immer mit. Auf der Autobahn kannst du drunter legen kannst du abschneiden. Das ist natürlich schade wie das. Masse immer rot. Ist wichtig. Ja ganz wichtig. Vor allem was macht denn das dort unten eigentlich jetzt genau? Naja das ist die Motor. Die hängt dort so rum. Das originale Masseband von BMW. Das hängt dort so? Ich würde jetzt 100 Euro wetten dass du das originale Masseband nehmen kannst. Das hättest du nicht umbauen müssen. Ist das hier ein zusätzlicher Getriebeölkühler hier vorne? Das alte vergangenen Ding? Ne oder? Was ist denn das? Das ist dein E-Lüfterstecker. Achso der sieht so aus. Okay. Steck den mal bitte wieder zusammen Sebastian. Sonst geht dann nämlich nicht mehr. Ich finde das gut ist dass der so spritzwasser geschützt ist. Das finde ich total gut. Hier unten ist nie. Reicht doch so. Wenn ein Windel Regen kommt kann der Regen hier schön rein. Ich drehe es um dann bleibt das Wasser drin stehen. Genau. Und jetzt war der Ablauf. Dreh es wieder zurück. Das ist der Regenwasserablauf. Verstehst du? Das sind ein paar Klinigkeiten. Sonst ist nicht viel. Das würde der Autor sagen. Aber Alter wie verdammelt das hier alles ist. Meine Güte. Krass. Das ist übrigens bei uns. Also bei Flo und mir haben wir das Exportloch. Wenn die Autos für den Export freigegeben werden, fehlt dir schon so. Aber ganz no joke jetzt. Das ist eine Hinterachse von einem 850 wohl. Nein, nein, nein. Der Hinterachse. Nein, nein. Das E46 M3 ist das. Was? Das Differenzial? Deckel ist E46 M3 auf jeden Fall. Diff könnte wirklich irgendwie aus dem V12 sein. Also ein 210er großes. Sieht zumindest von der Nase und der Aufhängung so aus. Stimmt genau. Hier haben die 2 Ohraufhängung hier vorne. E34 M5 müsste auch der 3 8er das große haben. Deckel ist 46er M3 mit den 2 Ohren. Auffüllschraube haben sie hier. Klar, weil die Original auch im Deckel ist. Haben sie dort hingesetzt. Deswegen haben die hier so einen schönen Stöpsel reingedreht. Also ich hätte das ja abgefräst und hätte dort die gewinnte Fitting aufgeschweißt. Wie auch immer du vielleicht. Oh. Ja, das ist die Ausbauaufhängung. Der kann sich übrigens auch gar nicht bewegen. Kann das sein? Nö. Also wackeln wir nicht zu sehr dran rum. Das klingt ja so, dass der komplett wie verschraubt ist mit der Korre. Also da bewegt sich nichts. Also das bombt ihn fast. Das ist ja alles korrodiert ohne Ende. Also da denkst du ja wirklich meine Fresse. Man muss ja nicht den ganzen Unterboden abstrahlen. Man kann ja zumindest mal mit dem Igel hinstellen und mal mit der Drahtbürste und das einfach mal ein bisschen abbürsten. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Du baust halt so ein besonderes Auto. Und der Zweck ist ja nicht mit dem Ding ein Zwölf-Stunden-Rennen zu fahren, wo es eher auf dem Dach landet, wo das egal ist. Sondern du baust ja für den Kunden ein Traumauto für einen Trackday. Ja. So, das wird gezwungenermaßen mal kaputt gehen. Ja, das wissen wir alle. Ist normal. Aber du lässt doch nicht die Substanz deiner Korosse in Note 4 oder 5, bevor du sowas baust, oder? Und vor allem haben sie ja hier auch Unterbodenschmerz überall aufgehauen, ne? Ja, überall. Aber das haben sie halt ignoriert. Überall bisschen was drauf gebraten, ne? So ein bissel. Und du kriegst bei BMW noch sauvie Teile. Ich meine, so ein Tank man kostbar mag, da musst du es halt zum Strahlen schicken und danach wieder Pulver beschichten. Aber so wird das halt hier alles gebaut. Guck mal, das ist doch alles, Entschuldigung, das ist doch höchst, ich möchte es nicht russisch sagen, aber kasachisch ist es auf jeden Fall. Schön ist es nicht. Na ja. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, aber die lackieren das Auto neu, damit das von außen eine eine Farbe hat. Das ist das neu lackierteste Ding, in einer anderen Farbe. Dass er lackiert ist bestimmt, aber nicht neu lackiert. Jetzt lackieren die das Auto außenrum in einer Porsche-Farbe komplett neu und lassen das unten rum, aber wirklich so, ich sag mal, gebraucht wie es halt aussah. Aber hier hat man ja auch versucht, ne? Ich glaube, das ist auf der Original-WMW. Das hier, ja? Ist bloß schwarz lackiert. Bloß, dass es halt lose hängt hier. Komplett halt. Jetzt bist du aber pedantisch. Ne, bin ich nicht. Ich hab's noch kurz gesehen und hab's erwähnt. Das ist so mein absolutes Highlight. Was ist denn das? Das ist Gold-Tape. Das haben wir früher alle mal gekauft und irgendwo hingeklebt, weil man da lauter bringt was, genau. Ja gut, als lange Rede gar keinen Sinn. Das, was du von oben schon siehst, bestätigt sich leider auch von unten, dass das halt von unten nie viel schöner geworden ist. Ne. Äh, was macht man jetzt hier? Also, was hast du schon wieder entdeckt? Nehm mal bitte auf die Lenkenspiegel. Der Sebastian hatte sich moniert, dass die Lenkung zu schwer geht. Muss ich dir angucken, dass da auch. Das ist vom Drift, weil du schnell gegenlenkst. Alter. Er ist hart TÜV, ne? Ist gar kein Problem. Alter. Weißt du, was in Dresden dir das Problem wär? Ja. Die schleift du von der Radarschale hinten links. Das Ding würden die auseinandernehmen, würden so, ach ja, vier Cuts, die sehen aus wie, Entschuldigung, hingepiept, ne? Das ist alles komplett zusammengefeuert, aber die Radarschale hinten, sie können jetzt hier nicht weiterfahren, der Reifen platzt gleich, ne? Das ist, das geht nicht, ne? Was gibt's hier, also die Radarschale oder der Reifen? Umso länger wir hier gucken, wahrscheinlich, umso mehr was wahrscheinlich vermutlich auch da finden. Das ist übrigens dein Hitzetape, ne? Ja, das meine ich doch. Ja, die haben, guck mal die haben. Da hast du damit aufgehört, weil sonst hätte ich das mit der Spindel nicht mehr harmoniert. Verstehst du? Das wäre dann einfach nicht aufgegangen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Auto runter, ne? Genau, genau. Aber gut, lange Rede gar keinen Sinn. Also Rostbehandlung, Krümmer umbauen, sozusagen. Absatzversetzen, versetzen. Ich sage, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? Also ich habe ja zum Sebastian schon gesagt, eigentlich musst du den Motor ausbauen und den ganzen Quatsch schon mal von vorne machen. Motorbrücke drauf, Vorderachse raus, die ganzen Sachen, die hier sind, ne? Das Kreuz hier drüben an einem Stück erweitern, wo es fast anliegt, pulvern lassen, ne? Die Hülsen verzinken lassen, ne? Verordentliche Schrauben rein, die Lenkspindelfreigängigkeit herstellen. Das heißt, Krümmer raus, gucken, wo es anliegt, schauen, wo du was mit ein paar Rohbögen umbauen kannst. Ja, da kannst du auch gleich den ABS-Plug rüberschieben, dass dort Frieden am Zaun ist. So ein Kleinkram halt. Ich meine, das hockt jetzt alles einmal hier drin. Ich sage dir ganz ehrlich, auf der Rechnung steht da drauf, mal fix ein LS einbauen. Und das ist absolut geworden, ne? Mal fix. Das ist halt wirklich traurig, weil der Kunde, der das hat beauftragt, der hat wirklich richtig cool dafür abgelegt. Der hat nur dafür quasi den flott machen. Da sind ja angeblich neue Kolbenringe drin und Lager in so einem Käse. Weil das Ding hat bestimmt U300.000 runter, der Motor. Wir haben noch kein Öl und nichts abgelassen, um nachzugucken, ob da vielleicht irgendwas Jens Spahn-mäßiges zu sehen ist. Ich kann dir gar nicht berichten. Kommt mal, den Ölfilter geht sogar raus, das ist cool gebaut. Er hat also, ich glaube, ohne Kaufpreis vom Kraftwagen 60, irgendwas um die 60 Mille reingeschossen. Plus noch irgendwelche andere Kasperle, Theater, Sachen. Du musst erstmal jemanden finden, der bereit ist, das Geld auszugeben. Auszugeben. Egal für was für ein Auto. Ob das ein GTA ist oder ob das ein Z3 ist oder ob das ein Corvette ist oder irgendwas. Du musst erstmal jemanden finden, der bereit ist, sich davon zu trennen und sich diesen Wunsch zu erfüllen. Das muss ich sagen, finde ich immer ein bisschen gruselig, wenn man als Firma, das ist keine Schraubergemeinschaft. Wenn man jetzt als Vergleich mal den E30 von dir nimmt. Den hat jemand gebaut, der mit Autos ganz wenig am Hut hat. Ja, affin. Er ist affin, aber er hat eigentlich so beruflich gar nichts am Hut. Nee, beruflich nicht. Er ist halt weit, weit weg von der Kfz-Firma. Genau. Und der E30 ist, bis auf ein paar Sachen, die wir eben hatten, gerade so China-Anbauteile, China-Lehrlaufsteller, China-Luftmassenmesser. Ja, okay, klar, der originale Luftmassenmesser kostet 380 Euro. Der bei Ebay, den du dort findest, kostet 59 Euro. Der funktioniert auch nicht. Genau, der funktioniert halt nicht. Aber du kaufst erstmal den und willst das neu machen, hast zumindest den guten Willen gezeigt. Okay, bist halt nicht vom Fach. Aber das Auto hat so eine verdammt gute Umbauqualität im gesamten trotzdem. Ja. Auch so von unten, wie sauber das alles gemacht wurde. Klar, mit den Ölleitungen, das war jetzt nicht ganz so. Gut, man muss aber eine Sache dazu sagen. Das ist BMW-Technik und BMW-Technik. Hier hat man ja versucht, ein Ami in ein deutsches Auto reinzustecken. Okay, dann musst du ein bisschen mehr umbauen. Aber die Krümmer sind doch auch schon gekauft bei den Amis. Ja, richtig. Der ganze Kit. Der ganze Kit. Beziehungsweise E36, ne? Ist das ein E36-Swapkit? Das kannst du kaufen, ne? Aber die Ausführung der Arbeiten drumherum ist schon fies. Sie sind dermaßen, Entschuldigung, ich sage es mal unterirdisch. Also wirklich, Handwerk ist ein Handwerk. Dass das nicht aussieht, wie das 100 Ingenieure irgendwo bei BMW oder bei einem großen Automobilhersteller designt haben und dann in die große Einfertigung gegeben haben, ist klar. Da ist mal irgendwo ein Kabelbinder, wo ein Kabelbinder originalabwerk nicht hinkommen würde, weil dort ein Kabelhalter wäre. Ist okay. So beliebel brauchen wir gar nicht sein. Aber zwischen schon frisch, wirklich frisch und einfach nur lieblos irgendwo drangeknattert. Die Hauptsache, dass es geht. Und dafür eine riesen Zahl genommen. Und dafür eine riesen Zahl genommen, finde ich halt, ich könnte damit nicht laufen. Die Firma gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Echt? Die gibt es doch. Also mir wurde letztens sogar nicht mehr. Echt? Okay. Keine Ahnung. Ich habe bloß mal kurz Kugelang, weil ich mich selber mal interessiert habe, wer sowas baut. Ja und. Müssen wir eigentlich wieder hinstellen und sagen, machen wir ordentlich. Wenn es den noch gibt. Es ist echt krass. Wie gesagt, über den Rost brauchen wir uns nicht aufregen. Wenn der Besitzer, wenn der Besitzer. Also vielleicht hat er nur gesagt, pass auf, die Kawa sieht scheiße aus. Ist mir egal. Wenn wir das mal rausbehandeln. Glaub ich aber nicht. Glaub ich auch nicht. Glaub ich auch nicht. Ich will den NS-Unbauer haben, fertig. Aber das Ding mit der Lenkspitel und so. Ja, das sind tausend Sachen. Die Spritleitung, die dort im Kreis gedreht ist. Ja, das ist halt alles. Ich habe jetzt einen Meter abgeschnitten. Ich habe keinen Bock, nochmal die Zange zu holen. Ich mache jetzt hier eine S-Kurve und einen Ring und dann noch ein Kabelbinder obendran und dann fährt das los. Ja, okay. Kannst du bei einem Driftauto das machen, was du in die Wand schickst. In Ordnung. Oder nicht bei einer Kawa, wo du TÜV drauf machst, wo du Nordschleife und Spa fährst und Sachsenring und was weiß ich. Das soll ja ein Ring-Tool sein, das Auto. Immer im Hinterkopf behalten. Wir wollen ja damit höchstgeschmissen. Du weißt ja nicht, wer das am Ende wirklich fährt. Richtig. Am Ende ist das wirklich irgendein Verrückter wie Philipp Kess oder Harun Göksu oder Tom Schutze, der mit dem Ding hier vielleicht in die 280 über den Ring platten will. Genau. So, und Alter, jetzt mal ohne Mist jetzt. Das kannst du das einfach nicht machen. Also wirklich, kannst du das einfach nicht machen. Nein. Also nie bloß die Gefahr, dass das Ding vielleicht in den nächsten Moment in der Flamme aufgeht, sondern alleine, dass halt wirklich Sachen dran sind, wo du sagst, das ist nicht richtig. Also das mit der Lenkung. Ist eben gefährlich. Fahren wir nicht hin. Schön, dass ich davor gefahren bin, ohne drunter zu gucken. Sonst wirst du nicht gefahren. Nee. Nee. Guck, dass ich mit dem Ding 500 Kilometer hingefahren bin. Mit der Lenkspindel, das ist ja russisch Roulette, wann auch immer dieser Ring sich dort von dem Rest separiert. Und dann fährst du ja... Ist das wirklich bloß gedreht quasi? Ja. Um das zu sagen, dieser Faltenbalg, den du siehst, das soll eigentlich ein Crash-Element sein. Der sich zusammenschiebt. Genau. Wenn du einen Aufschlag hast, was so wie die Zieharmonika ein bisschen kompensieren kann. Das heißt, das Aluminium hat dort diese Wellenform. Ja. Und wo ist das Alu am dünnsten? Dort, wo du es stauchst. Ja. Das heißt, dort, wo wir gerade jetzt dran reiben, hast du schon von Haus aus eine geringere Wandstärke. Mhm. Wie auf der Graben. Und irgendwann bist du fertig damit. Das ist zeitnah fertig. Also sowas den Kunden abzugeben. Ich meine, ein Umbau ist ein Umbau. Nicht falsch verstehen. Wenn wir so ein Golf of Turbo umbauen oder was auch immer hier in der Halle steht und umgebaut ist. Es ist nicht immer so, dass du das Auto fertig machst und danach 10.000 Kilometer fährst. Stell dir mal vor... Es ist in 90% der Fällen so, dass du das Probe fährst und dann sagst, okay, dort müssen wir nochmal... Die Schraube, die Schraube, die Schraube, ja. Es sind nur Kleinigkeiten, aber es sind Sachen noch nachzubessern. Das ist so. Wenn ich mit dem Ding jetzt die erste Runde fahre und feststelle, die Lenkung klingt komisch oder ich gucke dann nochmal drunter und nochmal Dichtheitsprüfung, schaue mir alles nochmal an, ob alles in Ordnung ist und ich gucke hoch, gerade an so einer Lenkspinne lang und sehe, dass die schon in dem Krümmer ist, wird dann auseinanderbauen, Fleißarbeit neu. Und dann ist das halt so. Aber das ist echt übel, was hier an Qualität und Dienstleistung bekommen worden ist. Ist auf jeden Fall nicht schön. Für das, was... Ne, da müssen wir halt einen Schlagplan entwickeln, was wir jetzt machen. Also ich sag mal so, das Auto irgendwie auseinanderbauen oder so stehen lassen, wäre blöd. Denn diese Eintragungsgeschichte, die hier herrscht, ist... Man müsste jetzt mal anfragen, wie viel Z3 Coupé LS umbauten in Deutschland mit TÜV fahren. Zehn Stück vielleicht. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt so viele Bekloppte da waren, die so einen Z3 genommen haben. Ich meine, E36, E46 würde ich mitgehen. BRZ, Subaru und wie gesagt, E86, Toyota mit Sicherheit viele. Aber das, was hier über uns hängt, ist schon eine Seltenheit. Und... Deswegen kannst du so cool. Deswegen hab ich da so sofort gekickt, wo ich das gesehen habe. Nichtsdestotrotz, das Auto scheint keinen schweren Unfall gehabt zu haben. Ne, das habe ich auch gerade gesehen. Was auch schon mal schön ist. Die Karosse ist im guten Zustand. Also bis auf das mit dem Rost. Richtig. Aber keine kleine Längsträger hat es irgendwie schon mal angesetzt oder weggebogen oder eine Seitenwand, ich sag mal unschöne Stand gesetzt. Also die Basis ist eigentlich, wie man es immer so gut sagt, wirklich geil. Es ist viel Arbeit, aber du kannst, wenn du das sauber baust, machst du schon ein Auto draus vom Allerfeinsten. Was jetzt noch so ein Ding ist, was mir beim Fahren aufgefallen ist, wer auch immer die Übersetzung berechnet hat bei diesem Auto, es liegt sogar ein Berechnungszettel hinten drin. Wie weit geht der sechste Gang? Gib mal einen Tipp ab. Du meinst jetzt von der Drehzahl auf die Schwierigkeit? Der sechste Gang fährt jetzt welchen V-Max? Der sechste Gang ist ja eigentlich bei dem Auto ja nie sechsten Gang V-Max, du fährst am fünften V-Max. Richtig, genau. Der sechste Gang würde gehen bis? Theoretisch glaube ich 2,40 oder sowas. Also der sechste Gang geht bei diesem Auto bis 536 kmh bei 6008 oder in der Drehung. Was? Es liegt ein Übersetzungsberechnungszettel hinten drin. Wohin? 536 oder 538, das ist kein Witz. Quatsch. Die haben einen 2,93er Diff. Du kannst einen BMW Motorsport-Katalog für die große Übersetzung, das mögen mich vielleicht manche hauen, aber ich würde sagen für das große 2,10er Gehäuse hier, kriegst du definitiv sogar bis 4,73, zumindest eine 4,44 rein. Das heißt, du würdest das Auto irgendwo ein bisschen sinnvoll übersetzen. Du hast einen Sechsgang-Schaltgetriebe, du wirst es auch nutzen, du wirst ja ab und dann mal am Schalten sein. Du wirst ja in jeder Schleife 3,4 fahren, das ist ja, oder 2,3, das ist ja total blöd. Die haben hier eine mega lange Übersetzung reingebaut, aber haben es halt nicht gekürzt. Also liegt hinten drin, kommen wir da raus. Und warum haben die eine mega lange Übersetzung jetzt reingebaut? Na das Problem ist, dass dieses Tremic, dieses T56 von den Amis saulang übersetzt ist. Das heißt, du musst immer, wenn du es in so ein Auto reinbaust, mit einem Differenzial gegen kontern. So haben die ja nicht gemacht, die haben halt die originale Übersetzung drin gelassen und Dilltum. Also ich sag mal ganz ehrlich, ein kurzes Diff rein, das Auto ordentlich gebaut und du hast so eine Granatenpackung. Also wirklich so eine Granatenpackung. Wie viel Geld investiert man denn da, Sebastian? Das ist ja die große Rechenfrage. Wir können das nächstes Jahr mal mit angehen. Ach nächstes? Nächstes, ja. Wir haben ja hier noch eine andere Baustelle stehen. Ja, dann gehen wir gleich nochmal zum nächsten Video. Dann müssen wir uns das nochmal angucken. Könnte man nächstes Jahr wirklich mal mit angehen. Die Übersetzung kostet Pi mal Daumen 1000 netto plus Einbau. Ist dann neu. Ich würde mich nochmal informieren, ob es reinpasst. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas erzählt habe, was nicht funktioniert und stimmt. Und die anderen arbeiten? Ich würde es mal sagen, das allergröbste. Das in Ordnung zu bringen. Rost mal ausgeklammert. Lass mal Rost. Würde ich jetzt sagen, ungefähr eine 5. Vor der Achse raus, Krümmer raus. Bisschen Luftleitblech hier bauen. Hinten die Leitung mal ordentlich verlegen. Auspuff und Lager sein, riesen Fragezeichen. Also die Idee der Anlage mit der Klappe ist cool. Die Ausführung ist eine Katastrophe. Ja gut, das hinten würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal lassen. Das würde mich erstmal um die Baustelle hier vorne kommen. Genau. Und dann könnte man die Ausführung in zwei Teilen bauen. Dass man einfach die Katz und das hier irgendwie schön einbaut. Vielleicht hier vorne auch schon die Flexstücke macht. Dass dieser ganze Lämmerschwanze immer noch im Auto wackelt, wenn du mal mit dem Ding irgendwo im Drift unterwegs bist. Und dann würde ich halt das hinten wirklich so bauen, wie wir es an allen Klappenausführung haben, die wir bauen. Da ist hinten so viel Platz für den Klappenschalter einfach. Ja, ich weiß das. Du hast hier so einen gigantisch großen Platz, wo du von vorne mit einem Rohr reingehst. Das hätte auch sau sexy ausgesehen. Und dann baust du vielleicht einen Diffuser nochmal um. Und du sagst wirklich, du nimmst hier zweimal 70. Muss ja kein so ein Ofenrohr sein. Zweimal 70 hier in die Diffuserplate rein. Machst hier einen großen Klappenschalter mit zwei Ausgängen. Bombe. Schmaler Reifen auf jeden Fall auf der Hinterachse. Jetzt müssen wir wieder gucken mit Abrollumfang. Ob die auch überhaupt in 3 nach 5 müsste es aber eigentlich geben hier. Oder 2,95. Wir hoffen das einfach mal. Die Frage ist halt, wie gesagt, Abrollumfang müssen wir darauf achten. Weil wir darf jetzt hinten natürlich prozentuell nicht über einen Prozent kleiner kommen. Sonst ist wieder Tachotest, ABS und so weiter. Also das Thema ist ja, Sebastian, leider kann ich nie bis nächstes Jahr ewig warten. Das ist ja immer das Problem. Du müsst das Ding ja auch irgendwie wieder mal zu Geld machen. Es gibt jetzt also zwei Wege. Weg A ist, es kauft jetzt eher so wie das ist. Richtig, genau. Der hat jetzt hoffentlich das Video gesehen und weiß alles zu dem Auto. Und weiß auch was er kauft. Ja. Das ist ja das, was Marco Degenhardt immer sagt. Ja, ja, ja. Und so genau haben die sich das Auto gar nie angeguckt beim Marco. Das muss man jetzt dazu sagen. Wenn jetzt die Leute schreiben, warum hast du Marco Degenhardt das gesagt? Die haben sich wirklich explizit nur darum gekümmert. Und haben das Auto jetzt nie auf technische Mängel oder Fehler untersucht. Das muss man jetzt hier nochmal ganz klar sagen. Damit das Fakt ist für alle. Das was wir jetzt hier gemacht haben, ist wirklich das erste Mal gucken. Was ist denn an dem Ding gehauen und gestochen? Was ist jetzt hier die sinnvollste Überlegung mit dem Auto zu machen? Und wahrscheinlich das Gescheitste wird sein. Da du ja auch jetzt nie morgen Zeit hast für so einen Spaß. Weil du hast gesagt nächstes Jahr. Aber in welchem Monat? Januar, Februar. Ja, genau. Das ist dann meistens April. Oder Mai. Oder Mai. Also wie ich das schon geschätzt habe. Da steht das Ding erstmal ein halbes Jahr sinnlos rum. Wo nichts passiert. Das ist wirklich die große Frage, wo fängst du an mit dem Ding? Also das aller, allerwichtigste wäre wirklich erstmal... Genau. Die Vorderachse raus, die Lenkung. Ganz ehrlich würde ich auch am liebsten jetzt machen, bevor du das Auto holst und fährst. Bei unserem Glück. Fällt es auseinander meinst du? Geht hier vorne im Kreisverkehr das Ding auf und du fährst bei ATU direkt in den einen hinten rein. Aber stell dir vor, und jetzt mal mal dir das mal bitte aus. Stell dir mal vor, du bist schon 20 Trackdays gefahren, hast dich ans Auto gewöhnt. Hast du die offensichtlichen Mängel, die dran waren, vielleicht noch behoben. Hast das nie gesehen, weil du da nicht hingeguckt hast oder da kein Problem auftauchte. Genau. Und hast du gedacht, na gut, die Lenkung geht bitte schwer, was soll's. Sperrer Motor, Alublock, eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig, egal. Und auf einmal willst du irgendwo, ich weiß nicht, auf irgendeinen Ring lenken, in die Kurve einlenken und es passiert einfach nichts mehr. Maximiliano, hallo? Du drehst im Kreis und das ist ja so ein schreckendes Szenario. Das geht nicht. Das geht wirklich gar nicht. Das geht wirklich gar nicht mehr, genau. Also wenn das jemand kauft, der das so mitnehmen würde wollen, müsste das auf dem Trailer mitnehmen, weil ich das den nie so rausgeben würde. Also Lenkung, Lenkung ist eigentlich das A und O. Ja, da kannst du dir mal sagen, was Lenkung gerade machen. Ich baue einfach nächste Woche mal die Vorderachse raus bei den Kummer. Ich baue einfach mal aus, das scheiß Ding. Ja, was wissen wir, was ich mache. Dann streiche ich in die riesen Rechnung, Enrico. Genau. Und dann sind wir, dann passt das. Wir bleiben noch fünfstellig, das ist okay. Ja, super, freu ich mich. Ja. Wie schätzt du den Wert von dem Ding jetzt, so wie es hier steht, ein? Ganz ehrlich, also wenn du mir das jetzt für 5-20 anbieten würdest, würdest du eine lange Überlenkung, ich glaube. Habe ich auch gemacht. Ich muss das jetzt wirklich so sagen, ich muss das nicht falsch verstehen jetzt, aber wenn du weißt, wie viel Arbeit das bedarf, bis das wieder schön ist. Klar gibt es bestimmt, der sagt, für 30 kaufst du das jetzt und mach mir das schick. Okay, in der Schraubenkanne das Geld übrig hat und sagt, genau darauf habe ich jetzt Bock, auf so ein Zinsilber lackieren. Oder eine eigene Werkstatt oder irgend sowas, der hat hier einen Trumpf. Der kann ja hier sicherlich was da ächseln. So Freunde, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Dann überschwemmt mal schön den Sebastian mit tollen Aufträgen. Am besten so irgendwie, wo 20 Werkstätten sie es schon dran versucht haben und ihn hinbekommen. Das endet dann meistens gar nicht bei dir. So richtige Baustellen. So was bitte. So was bitte. Du bist hier an der richtigen Adresse, da hat er richtig Bock drauf. Ansonsten lange Rede, wir müssen jetzt einen Plan schmieden, wie wir hier weitermachen. Du willst ja gerne an der Lenkung herumfummeln, dass das passt. Mehr Verkehrsuntauglichkeit geht ja nicht. Wie gesagt, in Dresden wird das jetzt das Interessante sehen, die Schleifspur in der Radarschale. Genau, das wird das wieder mit der Lampe und jetzt fahren sie nicht weiter, weil der Reifen explodiert. Aber das mit der Lenkung vorne, das würde erstmal niemanden interessieren. Das ist ja kein Problem, genau. Ist ja abgenommen. Hat TÜV. Hat TÜV eingetragen. Ist eingetragen, Gubbel. Aber da kann man sich natürlich auch fragen, wie hat denn der Reifen hier TÜV gerecht? Wie auch immer, lange Rede, gar keinen Sinn, Freunde. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Sebastian und seine Unterstützung und freue mich schon auf die niedrige Rechnung. Ja, ne? Kleiner Preis. Kleiner Preis. Schriftgröße 6. Schriftgröße 6. Genau, ganz kleiner Preis. Da passen wir erstellen hin. 4. Da passen wir erstellen hin. Das ist cool. Das muss so klein sein, dass du es nicht lesen kannst. Und dann musst du mit dem Stück abhaken. 1 0, 2 0, 3 0. Ah, da kommt noch eine Zahl, da noch eine Zahl. Hier ist ein Komma. Zahl, Zahl, Komma, 0, 0. Oh. Das wäre toll. Da würde mich riesig freuen. Das wird wahrscheinlich nie mehr. Bitte beachten Sie die 86 Rechnung im Anhang. Achso, ja. Einzelrechnungen. Einzelrechnungen, genau. Mit allem anderen mit der Lupe zum Angucken. Ne. So, gut. Bevor wir das Sinn in die Länge ziehen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal. Besucht den Sebastian. Der freut sich gerne über unangekündigten Besuch. Ja, immer. Ich habe hier ein Problem. Können Sie mal schnell gucken. Genau, in Gruppen. Ich würde gerne darauf warten. Es war um Gefahren. Gut, alles klar. Tschüss, Freunde. Tschüss, tschüss. Muss das so sein? Alter Schwede ist das Ding frontlastig. Aber wir kriegen ihn gar nicht weiter. Hinter. Wie ist das Ding von der Bühne? Da bist du los. Aha. Was ist denn das bitte schön? Das ist ein Lautsprecher mit Licht. Ja, das klingt gar nicht so schlecht. Wirklich. Ist das dein Ernst? Wenn wir Außendienst haben, kannst du draußen immer schön Musik mit anmachen. Wenn wir Außendienst haben, kannst du immer noch ein bisschen Musik hören. Du meinst den Lautsprecher hinten drin, bitte schön. Alter, was ist denn das für ein Quatsch? Da prüfen wir schon. In dem siehst du schon. Genau. Oh, wie? So? Leuchtet sie jetzt so? Warte mal, warte mal. Ich schiebe das mal ein bisschen näher ran. Ganz genau das Richtige. Das ist genau das Richtige für das Auto. So und jetzt? Wie ist das Auto so? Komm mal hier hin. Komm mal hier. So. Jetzt so. Ja, wunderbar. 2